Hey Leute, hier ist wieder NiceGaming. Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Minivaro. So, ich schreib mal. 34 Minuten. Ja, in der letzten Folge haben wir hier Eisen angefangen zu schmelzen und das ist schon fertig. Das freut mich. So, dann können wir nämlich jetzt unter dir abbauen. Yeah! So, und falls sie mir sagen jetzt, ich wäre ein Hacker oder so, ihr könnt es ja im Video hier sehen. Ich bin kein Hacker. So, es wird direkt mal Zeit für eine schicke Rüstung hier für uns. Also es ist nur ein Diamant erstmal. Das ist der Vorteil. So. Also wir haben jetzt schon mal Schuhe und eine Hose. Ich warte natürlich noch weiterhin. Lapis habe ich jetzt nicht abgebaut, ne? Oh, da bin ich blöd gewesen. Das brauche ich ja noch zum Verzaubern. Redstone brauche ich nicht. Und um ehrlich zu sein, die Kohle kann ich auch schon mal wieder mitnehmen. Jetzt ist mein Inventar schon reichlich voll. Das habe ich versucht zu vermeiden. Aber egal, man kann es nicht ändern. Ja, den Helm mache ich mir jetzt auch schnell. Dann warte ich noch auf das restliche Eisen für eine Brustplatte. Also wie gesagt, falls ihr in der ersten Folge nicht dabei wart, es gibt drei Teams mit zwei Personen da drin. Aus meinem Team, die Person reiht, kann leider erst ab Folge 4. Und die Schutzzeit geht noch bis Folge 6. Nur um das jetzt gesagt zu haben, dass da keine Verwirrungen entstehen. Und jetzt ist unser Eisen auch gleich fällig. Und wir können uns hier eigentlich so was kleines Schniekes einrichten hier. und uns vorbereiten auf den Kampf, wenn denn dann bald einer kommen wird. So, ein Eisenbrat noch. Brat noch. Ein Eisenbrat noch im Ofen. Ein Eisenschwert. Für ein Eisenschwert reicht es, glaube ich, noch. Hoffentlich. Ja, für ein Eisenschwert reicht es noch. Das ist gut. Das tue ich mir auch schon mal hier hin. Für später. Den Diamanten behalte ich erst mal. So. Ich nehme meine Sachen mit. Und wir erkunden mal weiter die Höhle. Da sind wir schon Level 7, Freunde. Das ist in der zweiten Folge schon sehr gut. Ach, hier habe ich Eisen übersehen. Da guckt mal einer an. Oh, du hast da Eisen übersehen. So, noch mehr Eisen. Ja, holla. Da kann ich mir doch gleich mal so eine schöne, schöne, tolle Axt machen. Ne, brauche ich eigentlich nicht. Ne, ich habe genug Holz. Ich weiß nicht. Soll ich mal? Komm, ich brate jetzt auch das Rest Eisen hier noch eben im Ofen. Was soll denn da schon falsch dran sein? So, dann machen wir hier was und hier was und nehmen die Kohle wieder raus, weil das ein bisschen unnötig war. Und jetzt verliert man auch richtig Hunger, sehe ich gerade. Das Essen füllt sich nicht mehr auf. Also es gab am Anfang keine Startführigkeit, falls ihr die erste Folge gesehen habt. Aber jetzt läuft hier alles einwandfrei, wie am Schnürschen. Mache ich mir jetzt erstmal ein schönes Axtchen. Eine Axt kann ich immer gebrauchen. Eine Eisen-Axt. So. Ah ja, er hat auch schon Diamanten gefunden. So. Alles klar. Dann haben wir jetzt noch Eisen auf Vorrat. Das sammeln wir nämlich jetzt für Raid. Das Eisen. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Eisen für ihn. Und zwar, vier haben wir jetzt schon. Da brauchen wir noch fünf. Lass mich kurz überlegen. 13, 20, 28 brauchen wir jetzt noch für Raid. Und die müssen wir definitiv vor der vierten Folge finden. Ah ja, okay. Spätestens bis zur sechsten. Sagen wir es mal so. Und jetzt muss ich erstmal das Lapis da. Das ist wichtig. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch zum Verzaubern. Hier ist noch Eisen. Noch 27, 26. 25, 25, 24, 23, 22. Ich zähle übrigens mit, ne? 21, 20, 19, 18. Wo brauchen wir noch? Die müssen wir finden, Leute. Die müssen wir finden. Sonst hat Raid keine komplette Rüstung. 17, 16, 15, 14, 13. 12 und 11 fehlen noch. Also wir fangen hier super an, muss ich sagen. Also es ist eigentlich der perfekte Start. Ähm, 11, habe ich jetzt gesagt, ne? Okay, die Spinne. Eliminieren wir mal eben. So. Spinne ist down. Alter, der Creeper. That Creeper, Alter. Meine Güte. So. Lapis, wie gesagt, brauchen wir auch noch. Zum Verzaubern. Und das werde ich auch bald machen. So viele Dias werden wir aber wahrscheinlich nicht finden, dass wir da machen können. Sobald ich noch einen Dia gefunden habe, werde ich schon verzaubern gehen. Solange noch Schutzzeit ist, kann ich das ja machen. Ähm. Man kann ja nur bis auf höchstens Level 8 verzaubern, meine ich, ne? So, wir brauchen noch Eisen. 11 Stück. Da oben sehe ich was in der Decke schimmern. Das kann ja nur unser Kollege Herr Eisen sein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. So, wo finden wir jetzt noch... Oh, ho, ho, hallöchen. Eisen, komm zu mir. Noch 3 Stück und das ist mehr als genug. Da machen wir uns full Eisenrüstung aus. So. Und jetzt haben wir eigentlich schon genug, aber wenn wir uns das Eisen hier schon die Möglichkeit gibt, noch mehr von dem abzubauen, ne? Dann lassen wir uns die Möglichkeit nicht nehmen. Dann haben wir noch was auf Reserve, würde ich mal sagen. Zombie. So, Zombie mal geschickt gekillt. Wo war jetzt noch Eisen? Da oben war noch Eisen, genau. Ja, dann richten wir jetzt hier unsere kleine Base nämlich ein. Und, ähm... Hilfe, nein! Ey! Der kleine Betrüger. Verpiss dich. Zombie! So. Der Zombie ist down. Hier, das Eisen nehme ich auch noch mit. Ja, das Einzige, was jetzt eigentlich noch zu tun wäre, wäre einen weiteren... Oder... ...noch 3 Diamanten zu finden, dass wir beide vielleicht schon älter machen können auch. Ist vielleicht noch schlauer. Ne? Bad Logic. So, dann hätten wir das. Gehen jetzt mal hier runter. In der Hoffnung, einen Diamanten zu finden. Aber wir finden weiteres Eisen. Das ist auch gut. Also, Eisentechnisch. Ich ne, ich hab nichts gesagt. Eisen war perfekt ausgestattet hier. Hätte ich nicht gedacht. So. So. Da geht's in eine weitere Höhle. Und ich hoffe weiterhin auf... Eisen! Wie viel Eisen! Jetzt haben wir fast ein Stack Eisen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Und noch mehr Eisen. Also... Wir haben definitiv den besten Punkt erwischt hier in der Map. So. Oh. Verschwinde! Verschwinde! What? Das kann nicht wahr sein. Okay, der eine hat den anderen gekillt. Bin ich auch mit einem verstanden? Ne! Das kann nicht wahr sein. Da wartet er schon auf mich. Nein! Nicht aus Eisen! Ops. Okay. Mark verzieht sich schon. Muss ich aufpassen hier. Vor der Lava. Also, Mark verzieht sich schon. Wir machen natürlich hier fleißig weiter mit unserem Eisengesammler. So. Jetzt ist eigentlich keine Gefahr mehr. Im Moment. Auf dem Server. Will ich mal behaupten. Man weiß es ja im Endeffekt nie. Aber... Ich wage es mal zu behaupten. Das ist jetzt keine Gefahr mehr für uns. Es ist hier... Auch am Tagsüber irgendwo rumzulaufen. Aber es ist sowieso noch Schutzzeit. Und was backt hier eigentlich so komisch? Was ist das hier für ein Grafikfehler die ganze Zeit an dem Block? Naja. Gut. Ah. So. Dann wollen wir mal da runter gehen, wo die Lava war. Das war hier. Da müssen wir jetzt noch aufpassen. Weil wenn wir da in die Lava fallen, dann ist für uns Varro nämlich schon gelaufen. Na gut. Diamant wäre eigentlich nicht schlecht. Stattdessen finden wir noch mehr Eisen. Also was brauche ich mit dem ganzen Eisen? Ganz ehrlich. Also da kann ich mir ja gleich hier, ne? So, das werden wir erstmal im Ofen brutzeln. Und das wird seine Zeit dauern. Solange können wir hier ja ein bisschen rumlaufen und über irgendwelche Sachen reden. Denn wir haben... Ein Stack und ein Eisen. Das ist... Nicht wenig. Dann können wir eigentlich gleich mal verzaubern gehen, ne? Machen wir das doch mal. Ah, ich will aber einen Dia noch finden. In der Folge unbedingt. Noch einen Dia. Auf welcher Höhe sind wir denn? 18. Dann gehen wir nochmal zwei runter hier. Und suchen einen Diamanten. Und unsere Spitzhacke ist weg. Machen wir uns eine neue Enderman. Ein krepierender Enderman. Hilfe. Tja, das war der krepierende Enderman. Der ist immer noch da. Ah, und da hat jemand auf Holz... Dreimal auf Holz gekloppt. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal von mir. Und meinerseits hier. So, wir graben uns jetzt hier durch zu Diamanten, hoffentlich. Ich möchte hier unbedingt finden. Das Problem ist, ich werde nie wieder aus dieser Höhle rausfinden. Wir müssen uns geradeaus hochbauen hinterher. Und dafür haben wir jetzt nicht mehr viel Zeit. Also wir sollen müssen, innerhalb der nächsten 20 Minuten, es irgendwie schaffen, einen Diamant zu finden, uns hochzubauen, das ganze Eisen zu schmelzen. Und ja, das... Und zu verzaubern, genau. Also ein Diamant wird ja wohl nicht so viel verlangt sein, hier zu finden, ja? Also das hoffe ich ja schon, dass ich hier irgendwie auf einen Diamanten treffen werde. Ähm, warte, Moment. Ich lasse das Eisen so lang schmelzen. Das ist vielleicht eine gute Idee. So, dann schmelzen wir hier... Hier, wo ist denn das Eisen? Da, schmelzen wir hier... Und hier... Nein. Moah. So. Schmelzen wir das Eisen währenddessen nämlich. Und es brutzelt dann da vor sich hin. Ja, Skeletal, das ist nicht gut. Aber das ist gut, denn... Es deutet darauf hin, dass hier eine Höhle ist. Das fände ich natürlich extremst geil. Das wäre natürlich die Bombe schlechthin. Aber... Irgendwie... Und da krapieren wieder Enderman. Irgendwie... Will ich... Will er hier auch kein Dingens finden. Das ist ja schade. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Höhle. Das ist dieselbe Höhle. Ja, geil. Okay, Moment. Dann... Buddele ich mich in eine andere Richtung weiter. Das Problem ist natürlich, irgendwann werden wir auch auf die Weltgrenze stoßen. Auf die World Border. Die bei 2000x2000 liegt. Also, das hoffe ich, passiert nie. Nie in unserem ganzen Leben. Also, ich hoffe, beim besten Willen noch irgendwo Diamanten zu finden, weil... Ja, ähm... Sonst gibt's nämlich für... Keine Diasachen jetzt erstmal für uns. Aber ganz ehrlich, ich glaub, wenn das Eisen fertig ist, dann verzaube ich erstmal unsere Eisensachen. Meine Eisensachen, die ich bisher nur hab. Bereits sind ja noch nicht... Also, da muss man mal gucken dann. Wenn wir hier keinen Diamant herausbuddeln sollten, was auch wirklich sehr wahrscheinlich ist, dass wir hier keinen mehr finden, dann war... Ach, das gibt's doch nicht. Okay, da haben wir ein Drittel des Eisens schon mal fällig. Also, wo ist denn die Werkbank? Die hab ich hier im Inventar. Natürlich. 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 So, dann wollen wir mal eine weitere Steinspitzjacke machen. What's up? Äh, na man. Und ich hoffe auf Diamanten. Ich hoffe auf Diamanten. Bitte Diamanten. Nur einer. Oder vielleicht auch drei. Wer weiß. Hauptsache, wir finden einen DIA. DIA, DIA, DIA. Buenos Dias. La 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 la. Diamant, Diamant. Na komm. Also, bitte. Ich wurde mich jetzt hier schon so lang durch, was die ganze Folge. Und da will kein Diamanten finden. Ey, was ist los hier? Ja mei, das gibt's doch gar nicht. Ja mei, ja mei, ja mei. Ey, das gibt's ja wohl gar nicht. Alter. Hier ist aber auch wirklich gar nichts. Nein, nicht Kies. Nein, 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 Kollege. Da geh ich gekonnt drum rum. Weil ich weiß, wie gemein Kies sein kann. Okay, Freunde. Das ist jetzt aber langsam lächerlich. Also, wenn ich es etwas finde. Oh. 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 Wollte ich gerade schon sagen. Ja, das ist ja ein bisschen betrügerisch hier, ey. So. Also, Chancen auf Diamanten steigen. Die Chancen hier irgendwelche zu finden, stehen sehr, sehr gut. Ich laufe jetzt erstmal diesen Gang hier lang. Aber hier sieht's nicht gut aus. Das sieht nach einem toten Ende aus. Jo, das ist ein Dead End. Also, die Chancen sind jetzt wieder zurückgewichen. Da hinten können uns auch noch Diamanten erwarten. Wir können's hoffen. So. Bauen wir erstmal das Eisen hier ab. Haben wir ja nicht genug von... Können wir gar nicht genug von kriegen, hier. So. Ein weiterer Creeper, Mann. Komm mal her. Creepy. Kollege. Schnürschuh. Mein Freund. So. Okay. Wir gucken uns hier in allen Richtungen mal um. Wir gehen mal zuerst hier hoch. Da finden wir natürlich noch mehr Eisen. Let's kill it. Also von dem dürfen wir uns nicht killen lassen, aber wir müssen uns besiegen. Ich teutsche dich. Jawohl. Das war einfacher als gedacht. Alter, wie groß ist denn diese Hütte? Nein. Nein. Ist hier ein Spawner? Oder? Nein, das war ich. Lol. Oh na. Ich muss übrigens den Weg zurückfinden. Das muss ich mal eben betonen. Da ist nämlich noch ganz, ganz viel Eisen im Ofen. So. Und wie ihr es gehört habt, ist auch die Folge schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Ich küffske. Ich küffske. Vielen Dank.